Wenn unser Körper dysreguliert ist und die Traumafolgen uns so viel Beschwerden bereiten, dass unser Alter kaum mehr zu bewältigen ist, fühlen wir uns oft hilflos und ausgeliefert. Doch es gibt einen Weg, um wieder in Kontakt mit unserem Körper und mit unserem inneren Kind zu kommen und unsere Selbstschutzfähigkeiten wieder zu erlangen. Durch diesen Online-Kurs Traumasensitives Yoga und das Innere Kind gelingt es Ihnen. In diesem Kurs lernen wir, unsere Körpergrenzen wieder wahrzunehmen und uns schrittweise wieder in die Aktivität zu begeben. Durch spezielle Übungen und Techniken können wir wieder lernen, unseren Körper zu spüren und bewusste Entscheidungen zu treffen. Wir lernen, effektiv zu handeln und uns selbstbestimmt durch den Alltag zu bewegen. Dieser Kurs bietet uns eine sichere und unterstützende Umgebung, in der wir uns mit unserem verletzten inneren Kind verbinden können. Durch diese innere Arbeit mit dem Körper können wir nach und nach unsere Selbstwirksamkeit wieder erlangen und uns vor weiteren Verletzungen schützen. Unser verletztes Wesen wird endlich als Ganzes betrachtet und wir nehmen uns die Zeit, den Schutz langsam und ganzheitlich aufzubauen. Wir können unsere Verletzlichkeit anerkennen und gleichzeitig die Chance, erneut zum Opfer zu fallen, deutlich verringern. Der Kurs Traumasensitives Yoga und das Innere Kind bietet uns somit die Möglichkeit, wieder in Kontakt mit unserem Körper und unseren Gefühlen zu kommen. Wenn auch Sie sich nach Sicherheit und Stärke sehnen, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für Sie. Melden Sie sich jetzt an und beginnen Sie den Weg der Heilung und Transformation mit uns in eine sichere Gruppe. Sie sind es wert, sich selbst zu schützen und ein erfülltes Leben zu führen.